Hallo, hier bin ich wieder, euer Korin Kitzel mit Hörzuzählen. Bereitet euch wieder euer Game vor. Heute im Video Spaghetti von Golan. Einfach frisch, schnell und lecker. Spaghetti von Golan, aber mit Miesmuscheln. Ja, warum eigentlich nicht? Bei heißen Temperaturen immer etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen, mein Lieben. Lasst euer heißes Wasser in den Topf reinfließen. Legt den Schalter von eurem Herd um. Legt euren Topf auf die Herdplatte. Dann bringt eine Prise Salte in euren Topf. Legt den Schalter von eurem Herd um. Dann gebt eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann brauchen wir Olivia. Dann habe ich unten meine Zehe abgemacht, weil die werden gebraucht. Nämlich die Knoblauchzehe. Dann werden die Zehe in die Pfanne gerieben. Dann gebt eure Spaghetti in heißes Wasser. Zerhackt noch eure Petersilie. Gebt eure Petersilie ebenfalls in den Topf. Die Muscheln hinzu. Dann gebt noch ein bisschen Kochwasser hinzu. Dann gebt eure Spaghetti in die Pfanne. Dann braucht ihr noch eine Prise Salz. Feverpapuicano. Wenn die ganzen Zutaten vermischt. Schmeißt euch das Rezept auf den Tisch flach. Spaghetti von Gosa. Schnell, einfach, frisch und lecker und Mahlzeit meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Montagabend. Euer Korg in Kings Night. Einfach, frisch, schnell und lecker. Jetzt abspeichern. Auf jeden Fall nachmachen. Es lohnt sich, Leute.